wieso zieht es mir den Kollegen aus wo ist er wo ist mein tier jetzt hin nach da nun ist er schnell bei der sache immer drauf da so passt zack und wieder hier durch zack und nochmal hier durch nicht genügend Ausdauer flatsch ab ins Wasser gut einmal absteigen Ausdauer tanken in der Zeit kann ich damit nach oben schießen und go hat 11.000 ne 1.000 ok ich dachte schon ja du kannst dich ruhig umdrehen hör mal was 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 dismounted ha solche Drecksecke sind das ziel des schwarms ziel des schwarms wieder drauf so hier haben wir denn fast die Hälfte ne ja ja der Schwarm muss ich erst mal kriegen schade gerade saß ich so schön drauf nicht genügend Ausdauer ouch treff ich da? kommt der irgendwas an? nö der ist zu hoch hier vielleicht ah der trifft ok schon mal sehr schön aha ja so fast die Hälfte so nochmal sehr schön so und nochmal und nochmal und schade warum konnte ich nicht da oben drauf landen hier kann ich nicht in der Zeit schießen was denn jetzt aua am Arsch so so immer schön drauf da nein 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 was 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 scheiße nach vorne nach vorne was ist das denn da ach so ein Käfer ich dachte schon da sind hier irgendwelche Drohnen dachte ich schon so ich könnte zwar meinen anderen noch rausholen den anderen Mannagam will ich jetzt aber gar nicht weil dann fliegt der nur irgendwo kreuz und quer das kriegen wir auch so hin aber so wenigst kontrolliert das gefällt mir besser so ha ha und schon ganz alt aussieht der Er lootet schon. So. Oh, das geht auch gut. Ah, schade. Ich hätte noch beißen können. Nein, nein, was? Och, Menno. So, na gut. Na gut. Wir sind wieder aufgeladen. Der Typ ist gleich platt. Quasi schon völlig verblutet. Na, bleibt doch drauf. So. Wie rot der schon ist. Hat sich gleich hat sich gleich erledigt. Hat sich austitant. So. Jetzt habe ich die Railgun. Alles klar. Titan, Titan. Jepia, jepia. Hologramm des Eistitan. Wüstentitan. Wo ist denn der andere? Wieso habe ich denn den anderen Wächtern noch nicht? Den habe ich doch auch gemacht. Rockwell. Wat? Ja. Okay. Ich hab die nicht. Das wundert mich jetzt aber. Wieso fehlt mir denn jetzt hier der andere? Das ist merkwürdig. Das ist aber sehr merkwürdig. Oh, da hab ich auch schon den Sachen gekriegt. Mir fehlt der Forest Titan. Das ist komisch. Obwohl ich den gekillt hab, fehlt mir die Trophäe. Das find ich jetzt gar nicht nett. Dann muss ich da wohl noch mal ran. So, ich muss wohl in die Richtung. Ne, in die Richtung. So. Alles Chlor. Wir fliegen nach Hause. Und machen die große Sausee. Ich hol mir den noch mal. Dann muss ich mir noch mal den Forest Titan holen. Wir müssen den ja eh noch mal tame. ching, da rasta, boom. Den werde ich mir noch holen. Ne. Ah, jetzt fall ich hier ganz runter. Na ja, ja klar. Ist hier noch irgendwo ein Sarkozy? Nee, na gut. Na, macht auch nix. So, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier geschnitten hab, den Hin- und den Rückweg. Vielleicht auch nicht. Muss ja nicht sein, immer. Ups. Kack dich doch in die Hose. Ach komm. Hör auf, hör auf. So, da sind wir. So, gibt's hier irgendwas, was ich abgeben muss? Ja, das können wir hier alles mal nehmen. Entnehmen. Wir entnehmen mal alles. Packen das ruhig zurück. Und das. So, steige ich mal hier ab vom Pferd. und packe mal ein paar Sachen hier rein. Ach, da fehlt schon wieder alles. So, ein paar Sachen da rein. Außerdem, die behalte ich mal. Denn, 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 oh, komm. Ich behalte die mal so. Das schmeiße ich weg. Ähm, ja, das kann ich von mir das hier auch reinpacken. Bringt jetzt zwar nix. Ist auch wurscht. So. Was hab ich da jetzt rausgeschmissen? Weiß ich nicht. Warum schmeiße ich die Sachen eigentlich raus? Die könnte ich nämlich auch... Gib mal her. Das muss ich ja alles gar nicht mehr rausschmeißen. Also, egal. Kann ich alles hier meinen Kollegen zum Fraß vorwerfen? So. Hä? Jetzt haben sie wieder Futter. Was ist das denn? Äh. Ist das von Update zu Update? Keine Ahnung. So, das kann da rein. Was war hier? Das kann da rein. Das sind jetzt aber nicht die prickelndsten Dinger. Da, was haben wir da? Zack. Zack. Auch nicht so schick. Ich weiß gar nicht, ob ich davon einen hab. Also lass ich den mal da. Achso, nee. Das sind... Ja, egal. Hier. Oh, was haben wir denn da? Uhu, uhu. Aha. Uhura. So. Keine Ahnung, ob du auf Schettin frisst. Kann ich auch mal reintun. Ich glaub, der frisst alles. Den Rest vom Schützen fest. Shitin kann euch hier hin. So. Dann haben wir hier Leather. Leatherhosen. Das sind Hosen, wo man kauf, wird's durchblosen. Oder so. Äh. Das nehmen wir hier raus. Für den Onkel Klaus. Ach man, jetzt hör auf mal. Jetzt ist es aber gut hier, ne? So. Dann hatte ich hier Waffen, Waffen, Popaffen. Nein. So. Ganz viel Arzer. Äh. 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 Waffen. Ich mein, ich mein, Rüstung. Jetzt war mir egal. So. Und dann habe ich hier Raketen. Raketen. Kann ich doch hier irgendwie, kann ich die doch hier irgendwo. Guck mal, der kann noch welche gebrauchen. Mensch, der ist ja richtig ausgelöstet jetzt. Der hat den anderen. So. Und das hier ist, äh. Rakete. Munition, normale Rakete. Keine Ahnung. Für, für, für Raketenwerfer. Und dann haben wir noch Pumpgun Munition und, äh, Pumpgun Munition. Schrottflinte und Pumpgun und, äh, wo habe ich die überhaupt? Gut. Habe ich die wieder zurückgetan? I don't know. So, was ich jetzt auch mal machen wollte. Upsala. Da, da, da habe ich das schon hingehangen. Einmal den, wie sieht das aus? Muss erst laden. Sieht auf jeden Fall hier zifärisch aus. Aber cool. Cool und gefährlich. Oh, der sieht besser aus. Na gut. Was habe ich denn noch hier? Ich packe mal weg. Da auf jeden Fall nicht. Also, ich habe sie zurückgetan. Alles klar. Dann packe ich die Sachen auch mal dahin. Hä? Ach so, ach so, okay. Da habe ich schon. Ich packe die mal hier so daneben. Gut, und dann habe ich jetzt hier einen neuen Helm, der nicht so gut ist und der ist auch nicht so gut. Rüstungsschutz, ja. Ja, nö, 500, das geht. Kommt aber nicht hier gegen an. Stinkt hier nicht gegen an. Was habe ich hier für einen? Das ist eh eine. Das ist ja... Das ist ein Flakkelm hier, ne? Und den will ich eh nicht aufziehen, weil dann habe ich dieses doofe Visier, was mich voll nervt. Das ist der Morgi nett. Also, lassen wir das. Werkbank, Fabrikator. Echt, die wird im Fabrikator hergestellt. Gut. So, warum ich das Fleisch hier im Rucksack habe, zeige ich jetzt auch gleich nochmal. Äh, denn... Meine Rex haben gebrütet zwischendurch und die habe ich hier noch. Die wollte ich doch mal eben... zeigen. Oh, da kackt er wieder. So, wie sieht es denn hier aus? Das nächste Mal erst in zwei Stunden. Hm. Ihr lasst euch ja echt viel Zeit. So. Ich packe das mal hier hin. Lass doch mal fallen. So. Was ich auch noch machen muss. Ich wollte mir noch so ein paar Typen hier holen. Ein paar Velos. Und da brauche ich noch ein Weibchen. Das könnten wir jetzt auch nochmal eben machen. So, ich hoffe mal kurz, bis die hier fertig sind. Geht euch weiter. So, da sind es geschlüpft. Oh, was war denn da? Da haben wir ja ein... Ein anders. Ach ne, der sieht aus wie die... wie das andere Elternteil. Schade, schade. Ich hätte mal gern was mit Mutazione. Kommt ihr mit? Sie kommen. Aber in die falsche Richtung. Ja, jetzt seid ihr richtig. Einmal hier rauskommen. Kommt doch einfach hier raus. Hallo? Ja. Jawohl, genau. Dann einmal das Verhalten. Zack, deaktivieren. So. Sehr gut. Sekunde mal kurz. Quote, jetzt ein mal kurz vor. Okay, die wachsen und gedeihen. Nehme ich mal, was nehme ich denn? 5. Ich nehme mal 100. So, ich habe mir jetzt mal diese Schnaiper-Rifle noch mit eingepackt hier, die ich die ganze Zeit im Replikator liegen hatte. Das ist jetzt nicht ganz so duftig, aber wir können sie doch mal austesten. Und... Jo, ich würde sagen... Oh, warte mal. So, ist das eine andere Farbe? Oder ist das... Ne, das ist die hier. Alles klar. Ich dachte schon. Ich dachte schon. Aber wir können mal kurz gucken. Vorfahren. Nichts mutiert. Und hier irgendwas mutiert. Auch nichts mutiert. Nun gut. Was nicht ist, kann ja noch werden. Ich gehe mal schauen. Der ist noch auf Passiv, ne? Ich gehe mal schauen, ob ich jetzt hier noch einen weiblichen Velo finde. Wir sehen uns gleich, wenn ich da drüben bin und einen gefunden habe. Bis gleich. So, jetzt bin ich hier und habe am anderen Ende des Dingens, habe ich welche gefunden. Jetzt bin ich ja ziemlich fast wieder an derselben Stelle, wo ich damals schon meine drei getamed habe. Oder die ersten beiden, die ich getamed hatte, hatte ich hier getamed. Und so, was haben wir denn da? Oh, das ist ein Male. Aber ein sehr hoher Male. Was war das? Level 156? Male Level 100, was ist das da? Ein Female. Level 131. Immerhin. Die anderen waren lange nicht so hoch. Die waren, glaube ich, nur, weiß ich nicht mehr, 50 oder so. Mittlerweile sind die alle ein bisschen höher. Dann müsste ich eigentlich beide tamen. Farbe kann ich nicht erkennen. Sehen jetzt nicht so besonders farblich aus. So, wie kriege ich die denn? Von hier. Ihn auf jeden Fall. Ich habe nur kein Fleisch dabei, ne? Hilfe! Hör mal auf, ey! Okay, der liegt schon. Und der krassen Knarre ist halt auch kein Wunder. Habe ich hier Fleisch dabei? Ja, ich habe Fleisch dabei. Sehr gut. Oh, der liegt im Fels. Ob das so gut ist, weiß ich nicht. Ich habe auch nur normales Fleisch. Keine Filet-Bites. Aber egal. Naja, Farbe ist naja. So, wo ist der andere? Ist er das? War er das? Hier sind noch mehr. Hier sind ja noch mehr. Okay. Das ist er. Was ist da für einer? Ah, Level 4? Was macht denn Level 4 da? Was macht denn jetzt hier ein Level 4er? Level 4 ist aber ein bisschen doof, ne? Obwohl der wenigstens einigermaßen hübsch aussieht. Schade. Egal, die machen wir mal platt. Damit hier ein höherer spawnen kann. Dann gucke ich mal. Guck mal, hier oben kann ich mich natürlich schön draufhocken mit meinen Schuhen. Was auch egal ist, weil der schießt mich ja eh da runter. Boah. Boah, zum Glück liegen die so schnell. Krass, ey. Wie sehe ich jetzt aus? Alter. Der hat mich mal voll erwischt. Sehr brutal. Sehr brutal. Der hat ja einen schönen Unterbauch. Oh, killi, 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 killi. So, gucken wir mal hier. Da haben wir wieder ein bisschen was zu futtern. Zappli dab. Ich habe natürlich wieder kein Portal dabei. Es ist da nicht zu fassen, aber das andere Portal ist ja nicht ganz so weit entfernt. Dann führe ich die da halt hin. Wo ist der denn jetzt hier? Dort. Kriege hier irgendwo Filet her? Oh, 17%. Super. Wir gucken mal, da. Karno. Hey, immer dein Filet. So. Oh, Känguru. Hey. Die gibt es hier auch. Die Morphodon. Was hier nicht alles rumläuft. Und auch noch ein kleiner Schuppendrachen. So, warte mal. Was haben wir denn hier? Wo ist er denn? Da ist er ja. Ich könnte mir jetzt eigentlich... Hä? Wo? Achso. Ich dachte schon, wo ist das Zeug hin? Ich könnte mir jetzt auch eigentlich... Ähm. Hallo? 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 So. Da habe ich schon einen Kasten. So und so. Hat der schon was gefressen? Ja, der hat auch schon was gefressen. Da hinten. Was ist das denn für einer? Level 12. Bist du nicht irgendwie auch mal einen besseren? Alter, wie will ich... So einen Dödikus könnte ich ja noch gebrauchen. Was ist das denn da für einer? Wo sind die Hohen? Level 16. Kannst du alles knicken, ey. Der da. Aber wieso sind die denn alle so low hier? Gehe bitte nicht. Bist du nicht. Vielen Dank.